Elysium Rufus, The Whispered World und Harveys Neue Augen präsentieren ein neues Meisterwerk. Rufus? Alles okay bei dir? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Sieh an, wen haben wir denn da? Ich bin der Rufus. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Die mutige Reise eines edlen Helden in einer atemberaubenden Welt. Ich bin wie Herpes. In cool. Deponia. Willkommen im Müll. Herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Hilf Rufus beim Fluchtversuch von seinem Heimatplaneten. Und erlebe eine rasante Geschichte voller Überraschungen. Verfolgungsjagden. Und die abgedrehteste Liebesgeschichte seit Anbeginn der Zeit. Werde Teil eines irrwitzigen Abenteuers, das du nie vergessen wirst. Eponia. Eponia. Junge, Junge ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Eindeutig.